Zu Ochsenbach, einem heutigen Teilort Sachsenheims, erwartet uns ein besonders eindrückliches Objekt. Eine fast unheimlich und geradezu unfreundlich finster anmutende Statue eines Hundes. Wie gruselig muss diese Steinfigur erst gewirkt haben, als sie 1980 aus den Tiefen des Ovalsees bei Ochsenbach gezogen wurde. Wenn wir uns das Tier allerdings vollständig und an seinem ursprünglichen Platz vorstellen, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Der Hund gehörte nämlich zu einem barocken Jagdschloss des württembergischen Herzogs Eberhard III., das fast 100 Jahre lang in der Nähe von Ochsenbach stand. Zu diesem Schloss gehörte auch eine Parkanlage, samt künstlich angelegtem See, dem sogenannten Ovalsee, also genau dort, wo unser Steinhund gefunden wurde. Ursprünglich befand sich im geöffneten Maul des Tieres eine Wasserleitung aus Metall, aus der ein Wasserstrahl hervorspritzte. Das Tier war also Teil eines dekorativen Wasserspiels am oder in der Nähe des Seeufers. Ganz typisch für barocke Gartenanlagen und sicherlich nicht zum Fürchten gedacht, sondern als vergnügliche Lustbarkeit. Und nun stellen sie sich nicht nur dieses Wasserspiel, sondern die gesamte dazugehörige Schlossanlage vor. Ich weiß, keine leichte Aufgabe, denn außer dem kleinen Ovalsee deutet heute nichts mehr auf ein solches Prunkgebäude hin. Wir sehen nur noch ein Wiesental, dazu Weiden, Äcker und Weinberge. Und doch, im 17. Jahrhundert beschließt Herzog Eberhard III., diesen Flecken für einen besonders beliebten adeligen Zeitvertreib zu nutzen. Die Jagd. Nun muss man sich das zu dieser Zeit nicht etwa als Treibjagd quer durchs Unterholz vorstellen. Nein, feudale Herrschaften denken damals anders. Ein Tiergarten muss her, also ein eingezäuntes, großes Gehege für wild aller Art, das dem Herzog bei der Jagd dann direkt vor die Flinte gehetzt wird. Bestes Beispiel für derartige Hofjagden ist das Gemälde von Johann Baptist Seele zur Dianenjagd für den württembergischen König Friedrich 1812 in der Nähe von Tübingen. Die Adligen sitzen hier auf geschmückten Tribünen und müssen nur noch abdrücken, wenn Rehe, Hirsche oder Wildschweine direkt an ihnen vorbeilaufen. Und so entsteht auch bei Ochsenbach im Jahre 1664 ein rund 2000 Morgen, das sind umgerechnet rund 500 Hektar großer Tiergarten für Herzog Eberhard III., umgeben von einem mächtigen Palisadenzaun, der von bis zu 1000 Bewohnern der umgebenden Dörfern errichtet wird, die hier ihre Pflichten als Leibeigene erfüllen mussten. Dazu gesellt sich zwei Jahre später ein standesgemäßes Jagdschloss. Schließlich will man mit seiner Jagdgesellschaft ja auch noch feiern und schlemmen. Zunächst entsteht ein Holzbau. Aber was für einer! Allein 300 Strombergeichen und 400 Schwarzwaldtannen werden dabei verbaut. Einige Jahre später möchte der Herzog den Bau durch ein Gebäude aus Stein ersetzen. Die diesbezüglichen Pläne des schwedischen Architekten Habius sind bis heute erhalten. Sie zeigen ein Gebäude mit drei Stockwerken und zwei Seitenflügeln. Aus weiteren zeitgenössischen Lageplänen wissen wir, dass sich davor noch ein südlich gelegener Querbau befand. In unserer Dauerausstellung sehen Sie an der Wand über dem Steinhund eine Skizze des Architekten Habius von der Rückseite des Gebäudes. Sie können sich nun vielleicht vorstellen, wie prunkvoll erst die Vorderseite gestaltet war. Die Skizze zeigt außerdem ganz unten im Bild einen das Schloss umgebenden Wassergraben. Für die Innenräume entwirft Habius außerdem mehrere große und kleine Säle mit feinstem Säulenwerk, dazu Galerien, prachtvolle Gemächer mit offenen Kaminen und natürlich auch viele Gästezimmer. Von diesen Zimmern fiel der Blick auf einen vorgelagerten quadratischen Lustgarten mit vier Eckpavillons, dahinter außerdem der eher naturalistisch angelegte Teil des Schlossgartens mit Ovalsee und Grottenwerk, wie es in Plänen heißt. Von all diesen Lustbarkeiten bleibt uns heute nur noch jener Steinhund in der Dauerausstellung. Nein, nicht ganz richtig, denn bis heute thront eine weitere Statue geheimnisvoll auf einer kleinen Insel in der Mitte des Ovalsees, das sogenannte Kipanele, vom Volksmund so genannt, da es sich um die römische Fruchtbarkeitsgöttin Kybele handeln könnte. Oder stellt sie doch eher die Jagdgöttin Diana dar, was an dieser Stelle ja auch sehr passend wäre? Wir können dies heute nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Vielleicht hätte das Schloss selber und weitere Statuen einen Hinweis darauf geben können. Doch die Nachkommen Eberharz III. lassen das Schloss 1750 sprengen. Ihre Vorliebe galt eher der wilderen Parforsjagd. Schloss und Tiergarten im Kirbachtal hatten sich somit überlebt. Schloss und Tiergarten im Kirbachtal hatten sich somit überlebt.